Willkommen Reisende. Wir haben in unserem Portal schon Dach und Flugfelder. Jetzt habe ich uns einmal Strom gesucht. Und zwar ist das B-Klasse Strom. Und da werden wir uns jetzt erst mal, ich habe schon Kabel hierher verlegt, was wir hier auch bauen können. Dann kann der Speicherpunkt kurz weg. Die Markierung bleibt, das ist genau die Mitte. Dann werden wir jetzt hier erst mal ein Podest hinsetzen, da es hier abschlüssig ist. Das hier. Wohl, geht das hier eigentlich nicht auch? Sonst haben wir nur so ein Fundament für die Räume. Oder machen wir den ganzen Boden mit kaputt? Für führerförmige Räume, auch für Räume. Dann nehmen wir den hier. Jetzt stehe ich schon wieder im Weg. Da muss noch eins hin. Kommen da Bodenplatten drauf. So. 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 Dann kommen jetzt da die Strom-Elektromagneten hin. So. So. drehen auf 5 kommen jetzt hier noch welche hin auf 5 und dann doch ja das naturgang ist einfach aber machen wir ruhig hier jetzt hat er sich bewegt so 3 3 4 5 6 6 so hier auch noch machen wir so 3 3 4 5 6 so sind die miteinander verbunden so die miteinander nach oben hier war gar kein weiterer so die miteinander so ist noch einer drüber die miteinander hier machen wir auch noch so einmal miteinander verbinden so wie viel haben wir jetzt 4.800 das geht doch so ich muss ein paar Batterien stellen ich habe nur bis 290 an die Basis ran dann konnte ich bauen das heißt wir müssen von da noch Batterien und Kabel direkt an die Basis legen und nur gucken dass wir die letzte Batterie auch wiederfinden also da ist eine und wir sind noch ein oder zwei Batterien entfernt so hier ist eine Batterie und da ist kein Kabel das heißt dann hier aus müssen wir das Kabel ziehen zur Basis und die ist wo ist sie denn da hinten ach nee ganz kleiner Hügel im Weg machen wir am besten hier auch noch Batterien war unnötig aber besser ist weiter geht's danach dachte ich machen wir vielleicht die Wände oder wir gucken dass wir Gold finden so wo legen wir das Kabel am besten hin wir wollen ja noch weiter bauen dann dann lagern wir das hier oben hier einmal so müssen wir mal sehen ob wir hier vielleicht einen kleinen Raum hinbauen und da noch Batterien rein damit wir dann auch von da uns den oben holen können mal Baukamera an sonst stehe ich hier ganz weit im Weg hier können wir gut eine Bodenplatte hinlegen da passt eine dran da auch passt da eine ganze dran sieht so aus hier nicht also auch nicht da passt eine so da passt eine kleine mal gucken cool warte voll im Beat so dann stellen wir jetzt hier ein paar Batterien in und nehmen uns von hier dann den Strom so natürlich kommt hier noch ein Dach hin dann können die auch laden falls mal was ist wir ein bisschen einmal zu viel Strom verbrauchen dann können wir haben wir noch Reserven bis wir Elektromagneten bauen so So machen wir die Reihe hier noch. Also Natrium und Kupfer hatte ich auf dem Weg zu Strom noch gefunden. Gold leider nicht. So. Also von da können wir uns das mal da hin. So. Mal doppelt klicken. Einmal zum Verbinden und einmal wieder zum Neunehmen das Kabel. Das ist auch bei den Rohren für die Raffinerien so. Muss man immer aufpassen, ob man nun Grad 1 hat oder nicht. So. Bisher sind alle blau. Das heißt, wir haben es bis jetzt noch nicht verkackt. So. Und die da. So. Dann können wir uns von hier noch ein Kabel darlegen. So ein paar Wände. Ein paar Wände. 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 Die passen hier irgendwie nicht so sonderlich hin. Vielleicht. Die Tür wäre auf jeden Fall sehr gut. So. Ach, da ist ein Unterschied hier. So, wo das Fenster ist. Hm. Das ist gut. So. Ja. Hm. So ein Fenster vielleicht. Oder. Vor 1. Mitte. Sieht auch exakt gleich aus. Oh, es ist Mitte. Sieht das jetzt aus? Aha. Und das war? Ah. Okay. So. So. Naja. Ich will an die da hinsetzen. So, Weischtreppe. Sag mal. Ich kann die mal in den Raum setzen. Ah. Was ist dein Problem mit dieser Treppe? Oh. Lass mich die Treppe da hinbohren. Ist jetzt wohl nicht wahr. Okay. Okay. Ach, diese blöden Treppe geht oder was? Oh. Oh. Guck mal hin an. Hättest du ja doch da mal ne Treppe ingebaut. So. Hm. Haben wir die Wand mit Fenster auch in kurz. Und dann ist er. Müssen wir eine ohne nehmen. So. Ist jetzt überall zu, ne? Aber. So. Nein, das ist die falsche. Die Daten. Warte mal. So. Der setzt hier auch nur, wenn er will. Das geht nicht, weil das ne kurze Tür ist. Wenn wir ne. Müssen wir wohl mal ne breite Tür nehmen. Also. Tür. Die kurze Wand weg. Dann. Eine vernünftige Tür mit Fenster oder wie? Wo die hier? So. Müssten wir jetzt ja. Muss die Tür gleich umfärben. So. Okay. Kann jetzt ein Dach drauf. Und vielleicht so. Da hin und dann. Machen wir hier noch eins. Super. 沒 1938 Und irgendwie. So. Kurze Wände wieder. Und dann aber alles. Aber paar Menschen mal machen. Dann schauen wir mal. около 15 Metern. Das ist das mal. und werben auch denken da passt noch eine große hin jetzt jetzt kleines dach ja was sind das ja manchmal drehen ja super davon haben wir dann immer noch kein dach ja 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 das dach auch so jetzt gleich überstehen lassen und hier ist kein fuß geworden ach jetzt hängt die halb draußen und hier ist ein bisschen so so oh so Und schon geht's. Hm. Ah, okay. Die hängen schon wieder draußen. Oh, nee. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt hingesetzt? Die ist weg. Die Bodenplatte ist weg. Seltsam. No, ja. So. Wieder partout nicht hinab. Ah, jetzt. Aber irgendwie kleinere Lampen. So. cool sind einfach Bilder nach Flussengen jetzt draußen war noch einer okay die will er drinnen nicht platzieren nur unter den Fenstern also direkt auf den Fenstern im Wald den Licht hier drin machen so macht die überhaupt Licht naja der hängt hier auch in den Wirbel damit wir die Kabel auch wieder finden draußen liegen zwar welche aber jetzt hier drin null heller geworden naja werden wir das in der Basis besser machen wo haben wir das Stromkabel denn gelegt bis hier ne so schön weit weg geschafft so also Strom haben wir auf der Seite wo es fatal auch angeht müssen wir jetzt noch nach Gold schon mal suchen ja Natrium super also Strom war da Natrium war cool ist er sich jetzt nicht sicher links rechts oder wie auch in der Nähe also in der Richtung ich hab vergessen den so so also da ist Kupfer da ist Strom das ist Natrium und da ist das Natrium dann gehen wir mal in die Richtung und hoffen dass wir Gold finden so die Flugfelder durch drei Stück hingebaut und so rum dass wir auch direkt starten können naja wir wollen Gold auch mal hier lang laufen zu weit in der Nähe von Natrium Gold äh Natrium oder Kupfer ok also da ist ne Ablagerung aber ich wollte gerne wissen was mit der Pflanze hier nicht stimmt oder was das ist ok es ist gar nichts das war dann bestimmt wieder das Gebiet verlängern da ist auch so ein Ding gleich haben wir es gefunden so da so hoffentlich ist es Gold und wieder Kupfer es kann ja wohl nicht sein so wo ist das Portal 800 ganzen anderen aber was war das denn jetzt was hat er denn was war das denn kein Hotspot aber er nüllt rum als wäre er in einer Nähe boah alter aber nur auf der linken Seite zu hören ich kann ja den ganzen Tag nach links laufen naja Strom haben wir ja schon also das Total ist weg und da irgendwo war ja das Kupfer also laufen wir jetzt total da nach da müssen nur weit genug von dem Kupfer entfernen zeigt uns immer noch Kupfer an so 700 sind wir immer noch entfernt das ist gut zeigt uns immer noch das Kupfer an so wo das Portal ist so wir sind näher rangegangen wenn wir die Entfernung beibehalten und im Kreis laufen brauchen wir noch ein Stück sollten wir mehrere Vorkommen finden 800 300 geradeaus so 150 noch so ungefähr 80 hinter dem Hügel auf dem Hügel mal sehen 60 da lang also hier so nö da lang ja ja jetzt haben wir es gefunden das angeblich auf dem Planeten Gold gibt echt schon wieder Kupfer drei Kupferansammlungen in der Nähe vom Portal ja wollen nicht wahr sein jetzt zeigt uns natürlich die ganze Zeit schon wieder näher rangegangen das Kupfer wieder an das Kupferan in Atrium Kupfer und Gold soll es ja hier geben nur das will er uns nicht geben noch ein Stück so und jetzt halt gehen wir mal da lang gehen wir Richtung Rover ist zwar sehr weit weg aber so halt dass wir einen Wegpunkt haben mal eben mal scheiß Kupfer angezeigt man kann hier aber auch nicht besonders gut fliegen mit den ganzen Pflanzen er ist in der Nähe von 300 Units also Meter oder was auch immer würde er wenigstens anschlagen ah jetzt sind wir schon mal immerhin nicht mehr in der Nähe des Kupfers 800 gut dann Alank oh nein Alank habe ich gesagt nein oh hör doch mal auf dann bin ich zu 820 und ruhig noch ein kleines Stück da gehen so ja kein Hotspot oh wir sind gleich beim Strom es gibt hier jetzt ernsthaft nirgends Gold in der Nähe nicht deren ernst Kupfer bis zum Abwinken wir sind schon in der Reichweite vom nächsten Kupfer können hier wohl nicht wahr sagen super echt nur guck mal jetzt nicht jetzt ich will da lang sind da eigentlich alle verbunden so welcher er mit seinem Kupfer wäre ja auch schade wenn wir jetzt mit dem Gold extra eine andere Basis irgendwo anders auf dem Planeten bauen da würde ja ein kleiner Fertigraum mit ähm Teleporter reichen können wir mal hin und her tingeln aber trotzdem muss ja eigentlich auch nicht sein besser ja nur Kupfer können wir wohl vergessen oh nee diese Pflanzen sind ja riesig kein Hotspot super und dann finden wir gleich wieder dasselbe Kupfer was wir eben hatten kein Hotspot 700 ob sie dafür dass wir im Kreislaufen gehen waren ja auch an cool bin irgendwo gegengesprungen hab Deuterium bekommen ah da ist aber schlecht 370 uh das ist aber sehr schlecht wie weit ist denn das oh fuck das liegt dann bei über 1100 da können wir nicht mehr hin außer ist es im Sichtfeld im Sichtfeld im Speicher wir können nämlich nur auf 1050 oder sowas den Basisradius erhöhen stellen wir mal einfach ein Speicherpunkt und dann sehen wir wie weit das ist und wieder Kupfer also eine Schweiße rufen wir rufen jetzt das Flugzeug und wir geben uns zur Basis und bauen dann da weiter da Gold ja scheinbar nicht wild in der Nähe müssen wir halt an der Basis weiter so ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt gerne abonnieren und liken ansonsten bis zum nächsten Mal b Untertitelung des ZDF, 2020